Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch eine neue CD aus dem Jumbo Verlag Sortiment vorstellen. Die ist bei uns ganz neu eingezogen und die CD ist schon nicht mehr drin, weil die sofort eingelegt wurde und seitdem fast täglich gehört wurde. Und zwar ist das 24, ach Quatsch, Sternenzauber und Himmelsklang, 24 Lieder, Märchen und Gedichte für Advent und Weihnachten. Und hier ist halt das Schöne, es ist nicht nur eine reine Musik-CD, sondern ihr habt halt wirklich auch Gedichte und Geschichten, sowohl was bisschen Älteres als auch was Moderneres und das gefällt mir sehr, sehr gut mit ganz vielen verschiedenen Sprechern. Also es ist wirklich auch sehr, sehr abwechslungsreich. Ein festlicher Hörbuchkalender für die ganze Familie. Groß und klein können hier an jedem Tag der Adventszeit eine kleine Kostbarkeit entdecken. Wenn man das so möchte, kann man immer nur natürlich sich eine Nummer anhören. Bei uns läuft es eigentlich dann durch. Rainer Strecker spricht das berühmte Gedicht Knecht Ruprecht. Marion Elskies erzählt Andersens beliebtes Märchen der Tannenbaum. Oder Robert Metcalf singt moderne Weihnachtssitz. Und der Kinderchor Hamburger Altersspatzen interpretiert die schönsten deutschen Weihnachtslieder für einen besinnlichen Heiligabend. Diese und viele andere Hörschätze machen das Warten auf den 24. Dezember zur Freude. Ich finde das halt süß, dass es wie eine Art Adventskalender gemacht ist. Wir haben ja auch Bücher, die so aufgebaut sind, wo man halt jeden Tag eine neue Geschichte oder ein neues Gedicht hat. Und hier hat man das halt in Hörversionen. Das finde ich eigentlich eine richtig schöne Sache. Da kann man dann auch nochmal abends zum Beispiel, bevor es ins Bett geht, sich nochmal gemeinsam hinsetzen und halt denen, die eine Sache für den Tag zusammen hören. Das finde ich auch eine richtig schöne Sache. Vielleicht führen wir das im nächsten Jahr ein. Aber bei uns ging es halt mit der CD noch vor dem 1.12. los. Und seitdem läuft die halt auch immer komplett durch. Aber vielleicht führe ich das nächstes Jahr so ein. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr schönes Ritual, sich dann hinzusetzen und die paar Minuten zusammen zu entspannen und sich was anzuhören. Das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wertvoll. Ich verlinke euch die CD wie immer unten in der Infobox. Wie gesagt, sie ist aus dem Jumbo Verlag. Da habe ich euch ja schon einiges gezeigt. Und das mag ich auch alles immer sehr, 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 sehr gerne. Hier gefällt mir vor allen Dingen wirklich diese Abwechslung zwischen Liedern, Geschichten, Gedichten, Alten und Neuem. Es wird halt auch nie langweilig beim Zuhören. Ich hoffe, der kleine Tipp hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!